Ein Soldat, ein männlicher Soldat, kann zum Beispiel Body-Searches bei Frauen nicht einfach so vornehmen. Dafür brauche ich eine Soldatin, die Body-Searches auch bei Frauen machen kann. Das heißt, ein stärkerer Anteil von Frauen, auch in Armeen, erhöht die Sicherheit für eine gesamte Gesellschaft, auch für die Streitkräfte selber. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Aber Sir, wir... Ich warne nur, weil... Ja, Sir. Ich habe verstanden.